Food, baby, food, and I know to do the food joke. This video will be in German, so please activate the subtitles. Leute, Königsberger Klopse mit Kartoffelpüree. Richtig geil. Das erste Mal auf diesem Kanal. Haus gemacht. Nicht von mir, aber von der Bekannten. Und hauen wir rein. Das wird sicherlich sehr, sehr cool. Richtig schön viel Kapern. Mögt ihr Kapern? Sag mal Bescheid. Los geht's. Erstmal die Soße ein bisschen probieren. Von Grund auf gemacht. Püree mit Soße. Das passt so gut. Feinsäuerliches Aroma. Und ich glaube normalerweise sind die größer. Die jetzt ein bisschen kleiner, feiner. Schon heiß. Die Soße erinnert so ein bisschen. Ja, wird der Donato. Die Kartoffeln wurden gekocht, angebreitet und dann zum Stampf gemacht. groceries. Jessup. Frau Ger 33. Frau Ger 33. Frau Ger 33. Frau Ger 33. Sie können sehr gut Aussprungen sein. Dezele Aff ich hier Joo für ein Freund. Ah Richtig schönes Gericht, 9 Punkte für die Königsbergklopse mit Kartoffelpüree. Würde ich auf jeden Fall öfter essen. Ich mag diese fein sämtliche Note. In der Sauce ist auch Zitrone drin. Oder der Saft einer halben Zitrone. Und ja, richtig geil. Leute, das war's für heute Video. Comment, like, like, subscribe. Of course my channel, ring the bell. See ya.